Hast du wirklich gedacht, ich würde den Kampf auf die Art gewinnen, wohl ganz einfach? Das ist kein Kampf zwischen Männern, halt dich da raus! Alles, was du kannst, kann ich tausendmal besser. Ich werde dich nun auslöschen, jetzt bist du Fanny. Ich bin hier, um meine Schwester zu retten. Zu langsam, zu schwach. Ah, Donuts, schmackhaft mit Donuts. Du hast es gewagt, mich zu stören und beim Essen zu beobachten. Ich kann niemanden am Leben lassen, der es gewagt hat, einen Blick auf mein wahres Ich zu werfen.